Der US-amerikanische chinesische Trade War ist zur Zeit in aller Munde und auch die Google Search Trends haben ein neues All-Time-High erreicht zum Thema Suchanfragen Rezession. Und gerade für uns Bitcoin und Kryptoinvestoren ist die Frage, was denn Bitcoin während einer Rezession machen könnte, sehr interessant, da wir im Gegensatz zu den anderen Asset-Klassen nicht auf eine Historie zurückblicken können und aus der Vergangenheit eine Performance für die Zukunft ableiten können. Dementsprechend soll dieses Video heute einen kurzen Einblick zu meiner Meinung zu dem Thema Bitcoin und Rezession geben. Die Meinungen gehen da ja ziemlich weit auseinander, aber ich habe mich eigentlich, was das betrifft, ziemlich klar positioniert und ich wollte euch hier mit diesem Video meine Gedanken ein wenig näher bringen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Wie schon im Intro angekündigt, soll es heute voll um das Thema gehen, Bitcoin und Rezession. Das Thema ist momentan, wie gesagt, in aller Munde und ich bekomme dazu auch des öfteren Fragen gestellt und ich will das Ganze wieder wie gewohnt in meinen Videos ziemlich rational und nüchtern von unten nach oben aufrollen. Wir haben ja nämlich die klassischen Bitcoin-Bullen, die in einer Rezession die nächste Chance sind eines Bullruns und wir haben aber auch Pessimisten, die bei einer kommenden Rezession schon den Tod des Bitcoins vorher prognostizieren. Wir werden uns heute, wie gesagt, sehr, sehr kompakt das Ganze anschauen. Ich will euch wirklich nicht zu lange zulabern, sondern einfach kurz meine Meinung wiedergeben und das Ganze mit ein paar Szenarien untermauern. Meinen Twitter-Account findet ihr in den Kommentaren. Ich habe euch das Kommentar dazu angepinnt. Genauso unsere Telegram-Gruppe. Wir haben eine Telegram-Gruppe mit knapp 1100 aktiven Memmern, in der wir uns täglich über das Thema Bitcoin, Blockchain und Co. austauschen und auch die aktuellsten Marktereignisse zusammen kommentieren. Und zu Beginn gleich für mich eine sehr wichtige Slide. Was ist überhaupt eine Rezession? Für viele von euch mag das jetzt vielleicht ein wenig trivial klingen, aber es gibt zu diesem Thema Rezession und zu diesem Begriff und zu dieser Begriffsdefinition teilweise sehr verschiedene Meinungen. Im Grunde genommen ist eine Rezession nur unter Anführungszeichen ein Abschwung bzw. eine Abschwächung der Wirtschaft. In den USA spricht man bereits von einer Rezession, wenn zwei Quartale aufeinander folgend ein negatives BIP-Wachstum haben. Wichtig war mir hier zu sagen, dass eine Rezession nicht gleichzusetzen ist mit der Great Depression, mit einer Apokalypse, mit dem Finanzcrash oder mit dem Untergang des kompletten Finanzsystems. Das ist immer so die Begriffsdefinition, die vor allem im Kryptobereich verwendet wird. Rezession ist per se nicht schlecht. Natürlich, es geht einher mit steigerten Arbeitslosenzahlen, aber es ist im Prinzip nur eine Korrektur des Zykluses. Man kann sagen, wie in der Natur diverse Faktoren zusammenspielen, muss einfach auf eine Konjunktur auch einer Rezession folgen, um einfach diverse Faktoren, wie zum Beispiel die Inflation, auch wieder ein wenig nach unten zu bringen. Und was sind denn so die grundlegenden Faktoren, die mit einer Rezession einhergehen? Wir haben hier im Hintergrund den Chart des US-amerikanischen Arbeitslosengehaltes, also der Unemployment Rate in Amerika. Und grau markiert, grau schraffiert, seht ihr die Daten der ehemaligen Rezessionen. Wir hatten 2008 den großen Finanzcrash, bedingt durch Lehman Brothers, Anfang 2000 die Dotcom-Bubble, 1990 davor, die letzte Rezession, also ihr seht schon die Zyklen, immer so im 10-Jahres-Abstand, ist eigentlich so der Zyklus zu Ende und es folgt eine Abschwächung, eine Konjunkturschwächung an einer Rezession. Zu der Nacht war das Black Swan Event Lehman. Zurzeit ist so die Frage, ob denn dieser US-amerikanisch-chinesische Trade War jetzt das Black Swan Event sein wird. Aber derzeit sind wir wirklich so im letzten Teil des derzeitigen Cycles, wenn man großen Hedge-Fund-Managern oder großen Ökonomen, wie zum Beispiel Ray Dalio, Glauben schenken möchte. Also ganz wichtig für unsere weitere Diskussion, Arbeitslosigkeit steigt massiv an während einer Rezession. Nächster Slide sehen wir den S&P-Index, hier auch wieder schraffiert die Rezessionsdaten, ist, denke ich, auch wieder logisch, ist, denke ich, glaube ich, auch wieder trivial, der S&P und die Aktien generell, also die Aktienmärkte, die Indizes, die fallen natürlich alle stark in einer Rezession, da brauchen wir gar nicht darüber reden. Nächster Charge, schon ein wenig interessanter, Gold. Ihr seht schon in der Überschrift, Gold usually outperforms during recessions, das heißt auf Deutsch, gut gesagt auf Deutsch einfach, dass Gold eine gute Performance zeigt während den Rezessionen. Und was ich hier ansprechen möchte, ist folgendes, wir haben hier 2008 die Rezession und auch hier 2000, 1980 sieht man es auch ganz gut, aber auch 1990, selbst Gold crasht am Anfang eine Rezession. Dieser Crash sieht jetzt hier nicht so bedeutend aus, wenn man eben die Scale so setzt, wie jetzt auf diesem Chart, aber dieser Crash war auch bedeutend 2008. Das heißt jetzt nicht, dass wenn irgendwie in die Rezession übergegangen wird oder wenn dieses Black Swan Event stattfindet, dass dann von einer auf die andere Sekunde die sogenannten Risk-of-Assets explodieren werden. Das wird nicht passieren. Das wird vielleicht im Währungsmarkt passieren, wo wir dann etwaige Kapitalflüchte haben, zum Beispiel in den japanischen Yen, aber selbst Gold crasht am Anfang bei einem größeren Finanzcrash mit. Es war mir wichtig, das mit dieser Folie mit zu transportieren. Wichtig, was wird die nächste Rezession auslösen? Ja, das ist jetzt die nächste große Frage. Was wird denn die Rezession auslösen und was wird denn die nächste Rezession für eine Rezession? Denn jetzt abseits rein von der ökonomischen Definition einer Rezession gibt es viele verschiedene Arten, wie denn so eine Rezession stattfinden kann. Es kann eine simple Konjunkturabschwächung sein, zum Beispiel ein milder mittelfristiger Aktien-Bernmarkt. Ich habe mir dazu auch einen Podcast angehört, einen sehr guten Makro-Podcast, der heißt Makro-Voices, kann ich jedem von euch empfehlen, die sich generell für Makroökonomik interessieren und Finanzmärkte. Ich kann euch gerne den Link in die Kommentare packen. Da war eben auch ein Analyst zu Gast, der eben auch gemeint hat, ja, es sieht nach Abschwächung aus. Die Daten, die makroökonomischen Daten und generell auch das generelle Sentiment an den Märkten deutet darauf hin, dass es eine Abschwächung geben wird. Aber eine Abschwächung muss nicht damit einhergehen, dass wir einen Totalkrash sehen und den Dow Jones irgendwie 60% fallen sehen. Es könnte eine simple Konjunkturabschwächung kommen, ein mittelfristiger Bärenmarkt, ein, zwei, drei Jahre, vielleicht 20, 25% Abfall beim Dow Jones, bis sich die Bewertungsmultiables wieder beruhigen und dann wieder ein kleiner oder größerer, je nachdem, wie die Zyklus dann verläuft, Anstieg. Für mich wäre dieses Szenario ziemlich positiv. Zug auf Bitcoin, mehr dazu später. Zweiter Punkt, USA, China, weitergehende Krise mit einhergehender Kapitalflucht aus China. Natürlich, das Thema muss angesprochen werden. Das Trade, du hast zurzeit in aller Munde und momentan so das Risiko Nummer eins auf den globalen Finanzmärkten und sorgt auch generell für sehr, sehr viel Unsicherheit. in den globalen Wirtschaften. Die Frage ist, wie wird das Ganze mit dem chinesischen Yuan weiterlaufen? Gibt es eine Kapitalflucht aus China? Was haben die Chinesen für eine Möglichkeit, ihr Kapital irgendwie in einem möglichst sicheren Platz zu bringen, wenn denn der Yuan weiter abschwächen über den Dollar? Und da ist natürlich auch die interessante Frage ist, ist Bitcoin schon zu weit oder wäre Bitcoin schon zu weit, um davon zu profitieren? Wir hatten ja in den letzten Wochen und Monaten immer diese leichte Korrelation mit dem chinesischen Yuan, dass Bitcoin immer Spikes gesehen hat, wenn denn der Yuan devaluiert hat. Die Frage ist jetzt natürlich wieder Korrelation oder Kausalität oder hat es dann einen Zusammenhang oder nicht? Das Ganze können wir jetzt noch nicht sagen. Das Ganze werden wir erst in zehn Jahren sagen können. Deswegen macht es jetzt nicht so viel Sinn, über diese Korrelation alleine zu sprechen. Ja, dritter Punkt, Deutsche Bank Kollaps, auch ein interessantes Thema und auch ein Punkt, der hier meiner Meinung nach vor allem für die Eurozone hergehört. Keiner weiß so recht, ob sich die Deutsche Bank erholen wird, wie sich die Deutsche Bank erholen wird. Deutsche Bank leidet auch unter dem Negativzinsumfeld der EZB. Negativzinsen werden nicht weggehen. Die Zinsen werden sogar noch tiefer fallen, wenn man Draghi Glauben schenken möchte. Und auch die neue EZB-Chefin Lagarde wird jetzt nicht vorhergesehen, dass die auf Zinssteigerungen setzen wird. Macht auch ökonomisch keinen Sinn mehr. Aber die Deutsche Bank ist so ein Systemrisikofaktor. Ich habe es in der Klammer hingeschrieben. Too big to fail. Was würde denn passieren, wenn die Deutsche Bank von heute auf morgen kollabiert? Das Derivatbuch, bestimmt alle gelesen, wie viele Trillionen Euro an Derivaten die Deutsche Bank haltet. Das Ganze ist so tief verkoppelt mit allen anderen Finanzinstitutionen. Das heißt, wenn die Deutsche Bank kollabiert oder die Deutsche Bank vor die Hunde geht, dann trifft es nicht nur die Deutsche Bank. Es trifft dann UBS, das trifft dann Goldman Sachs, das trifft JP Morgan, das trifft alle Investmentbanken, weil jeder mit der Deutschen Bank Geschäfte hat und weil jeder irgendwelche Derivate von der Deutschen Bank im Buch hat. Also Deutsche Bank ist auch so ein riesengroßer Faktor für eine Rezession und auch für mich ein Faktor, der positiv ist für Bitcoin. Also wenn die Deutsche Bank zum Beispiel kollabiert und wir daraus einen Crash sehen, wird das natürlich anfänglich einen sehr negativen Einfluss haben, auch auf den Bitcoin-Preis. Aber langfristig wäre das so ein Thema, wo man sagen würde, das würde Vertrauen der Leute für Bitcoin erhöhen, wenn wir schon wieder eine Krise hätten, bedingt durch eine große Investmentbank wie im Jahr 2008 Lehman Brothers. Aber mehr dazu zu dem Vertrauen und auf einen späteren Slide. Währungscrash, natürlich ein großes Thema, Euro, Italien, Spanien, Griechenland, alles keine Vorzeigeländer, sehr, sehr hohe Schuldenraten. Währungscrash wäre auch ein Szenario und wäre auch eher ein Szenario, was Bitcoin langfristig in die Karten spielt. Zum Schluss noch, Quantitativ Easing und Japanisierung, dauerhaft schwaches Wachstum und auch im Hintergrund keine monetärpolitischen Möglichkeiten mehr, da wir eben schon Zero Lower Bounds sind, die Interest Rates in Europa sind schon negativ und wir können jetzt nicht mehr viel weiter nach unten gehen, da ansonsten der Zero Lower Bounds greift. Zero Lower Bounds ist ein makroökonomisches Konzept, der aussagt, dass die Leitzinsen eines Landes oder Leitzinsen in Europa jetzt zum Beispiel nicht stark unter Null fallen können, da wenn die Zinsen theoretisch jetzt auf minus 2% fallen würden oder minus 3%, die Leute Bargeld horten würden. Auf Bargeld gibt es keine Zinsen und dann würde einfach ein Run auf die Bank erfolgen, wie es auf Englisch heißt und jeder würde sein Bargeld abheben. Das heißt, dieses Quantitative Easing, wo jetzt keiner wirklich weiß, wo soll das hingehen, wie die Zinsen noch gehen, das ist auch so ein großer Risikofaktor und auch so ein Thema, wo man sagen könnte, das könnte Bitcoin langfristig definitiv in die Karten spielen. Aktuell habe ich hier noch den deutschen PMI in diese Präsentation mit reingebracht, sind wir bereits in der Rezession? Der PMI ist der Production Manufacturing Index. Das ist im Prinzip ein Index, der auf einer Umfrage basiert von verschiedenen Managern in Produktionsbetrieben durch die ganze Wirtschaft. Da wird gefragt über die Auftragslage, über die zukünftigen Aufträge, über das generelle Sentiment, über, ich glaube sogar, die Jobquoten oder die Bewerberquoten und die Einstellungen. Also sehr, sehr wichtiger Index der PMI und auch so der Index schlechthin, der auch immer Rezessionen vorhersagt. Und für Deutschland sieht der PMI wirklich sehr, sehr düster aus. Und da ist eben die Frage, sind wir denn schon in einer Rezession? Und wissen es noch gar nicht, da wir im GDP jetzt noch nicht diese zwei, drei Quartale hatten, des negativen Wachstums. Natürlich, auch die GDP-Aussichten werden immer weiter nach unten revitiert, aber der PMI ist so der Vorbote der Rezession. Und hier auch die Inflation, ganz interessant, die Inflation in Deutschland ist auch auf dem absteigenden Ast. Auch hier wird interessant, was will die EZP jetzt hier noch machen? Ja, das wäre jetzt ein anderes Thema, aber monetärpolitisch ist nicht mehr viel Raum nach unten. Fiskalpolitisch natürlich schon, aber die Fiskalpolitik liegt natürlich wieder in Berlin. Und das wäre jetzt wieder ein anderes Thema und nicht für dieses Video. Jetzt geht es weiter zum Szenario 1. Das wird wieder interessanter mit dem Thema Bitcoin. Szenario 1, was wäre bei einem Black Swan Event mit einem Total Crash? Ich habe hingeschrieben, ähnlich Lehman Brothers 2008. Wie haben denn die Märkte 2008 reagiert? Und ihr seht schon hier im Hintergrund den Dow Jones. Und ich glaube, dazu braucht man auch nicht viel sagen. Der Dow Jones ist von heute auf morgen aus dem Himmel gefallen und hat natürlich darauf folgend auch extrem stark abverkauft. Was hier auch wieder interessanter ist, ist der Goldchart. Auch der Goldchart hat sehr, sehr, sehr lang gebraucht, bis er schlussendlich einen Boden gefunden hat und seinen Uptrend hier fortgesetzt hat. Das war auch wieder, wie im Vorhinein bereits angekündigt, wo wir den Chart hatten, der ein wenig nach außen gezoomt war. Hier sieht man es genauer. Also Gold hat fast den ganzen Uptrend, den wir hier etabliert hatten vor 2008, nach unten wieder abverkauft, bevor denn dann der große Run wieder nach oben gekommen ist. Was ist die Moral aus dieser Geschichte? Selbst Gold ist nicht vor einem großen Crash gewappnet. Selbst Gold wird abverkauft, da die Leute einfach Panik bekommen. Da werden ETFs verkauft, da wird generell alles in Geld umgewandelt. Und natürlich auch im Hintergrund ist jetzt schon die Unemployment Rate, ist ein Faktor, warum Assets verkauft werden. Wenn die Arbeitslosenrate auf 12% raufschießt von knapp, in dem Fall waren es 7%, also knapp 5% mehr Arbeitslosigkeit, fast 2 Drittel mehr Arbeitslosigkeit. Das ist signifikant. Und die Leute, die zu diesen 5% gehören, die werden ihre Assets verkaufen. Und die werden nicht irgendwie sagen, ja, ich halte jetzt mein Gold, ich spekuliere, dass das Geld steigt oder ich halte meine Bitcoins. Das ist signifikant. Die Arbeitslosenrate, die mit einem Total-Crash einhergeht. Sollten wir wieder in dieses Territorium gelangen von plus 10% Arbeitslosigkeit, wird das definitiv auch nicht positiv sein für den Bitcoin. Das Fazit des Total-Crash-Szenarios, auch wenn viele Leute einem Crash teilweise sogar entgegenfiebern, kann ich rein rational keine Gründe sehen, warum Bitcoin von dieser Phase unberührt bleiben sollte oder gar profitiert sollte. Ja, steigende Arbeitslosigkeit, Panik, Unsicherheit, keiner weiß mehr, wie es weitergeht, keiner weiß mehr, ob denn das Geld überhaupt morgen noch was wert ist. Das ist auch eine Phase, von der Bitcoin nicht profitieren wird. Ganz im Gegenteil, die Leute werden Panik haben und werden auch Bitcoin verkaufen. Wie gesagt, vor allem die steigende Arbeitslosenrate, gepaart mit der Demografie der Bitcoin-Kryptoinvestoren, würde wohl eher zu einem Abverkaufsszenario führen. Was meine ich mit der Demografie? Die meisten Kryptoinvestoren sind eher im jüngeren Alter, im jüngeren Bereich und sind jetzt nicht so die klassischen stabilen Investoren, die irgendwie auf zig Millionen Investments zurückgreifen können und zig Millionen Formen von Liquidität haben. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Kryptoinvestoren, die bestimmt einen sehr, sehr prozentual gesehen hohen Anteil ihres Net Worths, also ihres Vermögens, in Kryptowährungen aktiv halten. Es kann durchaus sein, dass jemand von, keine Ahnung, 50.000 generell Vermögen hat und davon 20.000 in Bitcoin haltet oder sogar 30.000. Das kommt definitiv vor, allein schon mit dem Bullenmarkt in den letzten Jahren. Und genau diese Demografiegruppe oder diese Investorengruppe trifft es da natürlich am hättesten, weil die müssen abverkaufen. Die können nicht sagen, ja, dann switche ich halt auf meine 500.000 Reserve, die ich in japanischen Yen halte. Das können wir nicht. Das kann ich nicht und das können die meisten anderen Kryptomistoren nicht. Die Big Boys können das natürlich, ja. Die haben jetzt nicht die Not, alle Aktien abzustoßen, weil sie sonst nichts mehr zum Essen haben. Frage auch hier, was würdet ihr tun, wenn ihr euren Job verliert und noch einen beträchtlichen Vermögensanteil in Kryptowährungen halten würdet? Ich denke nicht, dass ihr diese weiterhalten würdet, sondern ich denke, ich gehe stark davon aus, dass ihr auch abverkaufen würdet. Frage, gibt es ein positives Rezessionsszenario? Und da kommt jetzt die ganze Vertrauenssache wieder ins Spiel, die ich vorher schon benannt habe. Rezession per se ist immer schlecht für Finanzmärkte, steigende Unsicherheit und höhere Auslösenquoten, während kaum neue Bitcoin-Investoren anziehen. Aber die Frage bleibt, gibt es dennoch ein positives Crash-Szenario? Ja, ganz klar ja. Und zwar jenes, welches Vertrauen aus Fiat-Währungen entziehen würde. Oder auch Vertrauen aus Finanzinstitutionen entziehen würde. Das heißt nicht, dass, wenn jetzt die Deutsche Bank kollabiert, dass wir am nächsten Tag ein neues Bitcoin-Alterm High sehen werden oder dass wir am nächsten Tag den Fakt sehen werden, dass Leute Bitcoin kaufen. Das heißt, langfristig würde Bitcoin Vertrauen gewinnen und langfristig würde auch ein dezentraler Wertspeicher immer mehr akzeptiert werden. Stichwort auch hier, Quantitative Easing, MMT, Assets, Bonds kaufen mit frisch gedrucktem Geld und immer höhere Money Supply. Wie lange geht das noch gut? Wie lange haben die Leute noch Vertrauen in dieses System, in dieses Fiat-System? 95% der Leute wissen ja nicht mal, was denn so auf höherer globaler Ebene abgeht. Ich traue mich sogar sehr weit, ich traue mich sogar weit das Fenster zu lehnen und ich sage, dass 60-70% der Leute, wenn ich eine Umfrage mache auf der Straße und frage, wie hoch ist denn der Leitzinsatz momentan? Die wenigsten Leute überhaupt wissen, in welchem Bereich sich der Leitzinsatz bewegt. Vielleicht sagen sie auch ein wenig wenig oder keine Ahnung, vielleicht positiv, aber ich glaube, die wenigsten wissen überhaupt, dass wir einen negativen Leitzinsatz haben, was die Implikationen dahinter sind, was denn generell so die makroökonomische Lage ist. Dafür sind Leute noch viel zu bequem. Und das ist auch der Hauptgrund, warum diese Leute nie Bitcoins kaufen würden, weil die das auch nie von dem verstehen würden. Die verstehen nicht das Systemrisiko, das wir teilweise haben und warum so ein dezentraler Wertspeicher so extrem viel wert sein wird. Das klassische Argument ist ja immer so, ja, was bringt mir Bitcoin, was kann ich damit kaufen, was kann ich damit zahlen? Das ist einfach total daneben. Dezentraler Wertspeicher. Hier noch Euro-Krise, Kollaps und auch der Currency-War, also der Kampf zwischen den Währungen, zwischen dem Dollar, zwischen dem Euro mit immer niedrigen Zinsen, um die Währung abzuschwächen, um die Exporte zu stärken. Trump haut auf die Fed ein. Auf der anderen Seite haben wir die EZB, die seit Jahren schon in diesem Currency-War mitspielt. Jetzt steigt auch Amerika langsam ein, indem sie die Zinsen wieder senken. Die Frage ist, wo führt das hin? Wie weit kann das gehen? Das sind alles Szenarien, wo ich mir sage, langfristig definitiv positiv für das Vertrauen von Bitcoin. Definitiv ein Grund, warum Leute Bitcoin kaufen können. Weil sie sagen, okay, ich habe die Schnauze voll. Zum vierten Mal crashed jetzt eine große Bank, wenn jetzt zum Beispiel Deutsche Bank hernehmen würden. Ich will, was Alternativer ist. Ich sehe einen Zinn dahinter, hinter einem dezentralen Wertspeicher. Und auch hier noch zum Schluss die Schuldenratio, also Italiens Schulden zum BIP-Ratio, auch sehr, sehr bedenklich. Und auch hier zum letzten Punkt, Euro-Krise-Kollaps. Das war so ein Punkt, den ich jetzt noch mit reinnehmen wollte. Der Euro-Raum ist generell sehr, sehr fragil. Ja, wenn ihr mich fragt. Sehr, sehr fragil. In Bezug mit der EZB, mit der getrennten Monetärpolitik, von der Fiskalpolitik, mit dem Fakt, dass wir Länder haben wie Deutschland, die eine komplette Powerhouse-Wirtschaft haben, kombiniert mit Griechenland, die praktisch nicht existent sind im Vergleich zur deutschen Wirtschaft und die nur auf ihrer Service-Industrie eigentlich leben, von ihrer Tourismus-Industrie. Und dass diese Länder die gleiche Währung haben, das entzieht sich einfach für mich immer noch jeglicher Logik. Ja, es gibt zwar viele Unterstützer des Euros, aber für mich macht der Euro in der derzeitigen Form keinen Sinn. Und auch der Euro ist eine tickende Zeitbombe für mich. Ja, die Frage ist, wie lange geht es noch gut? Es kann durchaus 80, 90, 100 Jahre gut gehen. Also das können wir alle überleben. Da bin ich ganz, ganz fest davon überzeugt, dass das komplette Fiat-Währungssystem auch erst nach unserer Zeit kollabieren könnte. Denn rausgeschieben werden kann es immer noch gut. Davon bin ich überzeugt. Die Frage ist nur, gibt es in der Zwischenzeit in einem Black Swan-Event, was auch dem Fiat-Währungsbereich an den Kran gehen würde. Und damit bedanke ich mich wieder für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, ich wollte euch hier kurz meine Meinung dazu geben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Bis dahin, euer Chris.